Der Raum hat jetzt auch keinen tiefen Sinn, oder? Es gibt noch einen zweiten Raum. Vielleicht macht der Sinn? Ich bin echt... Das ist, glaube ich, eine Mutter und eine Tochter, oder zwei Schwestern könnten das sein. Mittlerer Alters. Die hat was an ihren Sohn geschrieben. Aber... Mich interessiert ihr Sohn eigentlich nicht. Mich interessiert nur, wo dieses verfluchte N ist. Eine Kiste, die können wir aber nicht aufmachen. Jetzt, glaube ich, ein Baby... Mentor Moments. Und nur eine Seite. Das ist auch ein schönes Bild. Also, zu Hause, du stehst auf und... Bockt. Hätte ich jetzt nicht so eingerichtet, aber... Na gut, wer bin ich schon, ne? Hatte ich jetzt noch irgendwas herausgefunden? Nein. Die beiden habe ich. Abgehakt. Das funktioniert... Boah, ich muss... Die Blommens gießen. Die gießen wir kurz und dann laufen wir nochmal... Straight zurück zur Turnhalle. Weil... Hä? Bin ich hier an der falschen Adresse? Das Bild ist irgendwie süß. Das erinnert mich an Timmy. Wenn ihr... Ähm... The Forest sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Die spiele ich auch im Moment gern. So, ja, komm, da trifft man nun auch was. So, jetzt blüht das alles. Also, das N ist echt nicht gefunden worden. Ich weiß nicht... Ob... Einer von euch... Das N gefunden hat. Ihr könnt es mir ja mal in den Kommentaren wissen lassen. Sollte einer von euch das schon mal gespielt haben. Und einfach nur zugucken wollen, wie andere zu blöd dafür sind. Und wenn, dann... Wäre auch cool, wo. Weil dann könnte ich das selber nochmal und dann... Mir alles durchlesen. Wir können jetzt leider nicht alles lesen. Wieso? Okay. Aber ist nicht schlimm. Wir haben hier... Timmy und den TV-Star. Das passt schon. Mehr braucht man nicht im Leben. Man braucht nur... Timmy? Und den TV-Star. Und vielleicht eine Insel mit Eingeborenen. Ich richte mal kurz den Popschutz. So. Jetzt sehe ich auch auf einmal mehr vom Bild. Das Rätsel mit dem Klavier. Es tut mir leid. Ich bin kein... Instrumentalo. Ich hoffe, wir haben das jetzt mit den... Schaltern alles richtig gemacht. Denn... Ich glaube, jetzt werden wir es sehen. Nachts funktioniert ja alles. Ja. Genau. Oh, das muss ich wirklich gehen. Aber es ist eine gute Tarnung. Okay. Wir sind der Mann mit der Axt. Das ist kein Fahrstuhl. Das ist kein Fahrstuhl. Doch. Er ist da. Oh, ich dachte gerade, wir haben schon irgendwas falsch gemacht. Und wir rennen ins Licht. Das Bild haben wir wieder mitgenommen. Ein paar... Bremi-Spuren haben wir auch da gelassen. Das ist ganz gut. Klaut wenigstens keiner mehr unser Bett. Und jetzt können wir, glaube ich, den Fahrstuhl bedienen. Und das mit dem Klavier tut mir echt leid. Ihr könnt mir schreiben, wenn ihr das Rätsel gelöst habt. Ich bin leider zu dumm. Ich bin kein Musiktalent. Wir fly away hier wohl gerade runter. Die Treppen. Hier können wir schlafen. Und hier kriegen wir Wasser. Aber das Rätsel weiß ich zum Glück noch. Teilweise. Die Angela Mertel kommt hier als erstes rein. Die gruselige aus Conjuring kommt hier auch mit rein. Kann ich jetzt mit dem Eimer da schon... Wir haben ja umendlich was. Das müsste ja... Hallo? Ich glaube, es fehlt noch was. Hier. Wer ist das hier? Wonder Woman. Das habe ich sofort erkannt. Das sieht man schon an dem Blick nach oben. Jetzt aber. So, meine kleinen Blumen. Hier. Kacknet mir ans Abenteuer. Jetzt fliegen die alle wieder. Bevor wir uns jetzt schlafen legen und da rausrennen. Wollte ich gerne nochmal hier rein. Gucken was hier drinne ist. Hier nochmal. Residenz. Das ist glaube ich die ganzen Entwickler, die hier mitgewirkt haben. Das ist doch schon eine ganz schön große Liste. Also an alle, die ein N im Namen haben. Grüße gehen raus. Es tut mir leid. Ihr seid hier nicht vollzählig. Das sind ganz coole eigentlich mit bei. Sure creeps a lot. Oder sind das die Produzenten? Firmen oder so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber wir können hier glaube ich auch nichts weiter machen. Ich werde mich jetzt hinlegen. Mit einem Gute-Nacht-Küßchen von euch und... Ich werde mich erst mal in die Haier legen. Ich werde mich erst mal in die Haier legen. Ich glaube, wenn mir noch irgendein... Ah. Okay. Äh. Oh. Voll gruselig gerade. Ich hatte gerade voll Angst. Auf einmal steht, dass es eine Person im Spiegel mir gerade voll warm ist. Wir sehen nicht so lecker aus. Scheiße. Was ist hier los? Wir waren ganz normaler Typ. Ich habe mich gerade echt ein bisschen erschrocken, als er auf einmal dieser Typ im Spiegel stand. So richtig... Tot einfach. So richtig leere Face und leeren Körper. Aber jetzt hauen wir hier ab. Wir lassen unsere Vergangenheit hinter uns und... Laufen... Hä? Was ist los? Wieso kann ich nicht weg? Kann ich dann nochmal schlafen? Kann ich nur in der Dunkelheit da abhauen? Was hat er da schon drauf gepuppt? Nee. Tatsache noch nicht. Dann machen wir nochmal Haier Haier. Geil. Darüber war ich schlafen. Oh. Ähm. Okay. Wo sind wir? Boah. Es ist so scheiße hell. Wo sind wir hier? Das ist echt wunderschön. Ich weiß zwar nicht, wo wir sind. Vielleicht sind wir jetzt in seiner Traumwelt, aber... Oh. Hier taucht ein Baum auf einmal auf. Ihr müsst euch das mal geben, dass sie... Die Blumen sprießen. Das ist die pure Schönheit. Wenn ihr das alle Dinge da vergleicht. Das ist nichts. Und hier... Ich glaube ich sollte irgendwie... Ich werde Pornostar. Create by Barrett Mika. Danke Barrett Mika. Es war ein Abenteuer. Oh. Das war schon mit den Credits. Ja, also ich bedanke mich erstmal, dass ihr zugeschaut habt, eingeschaltet habt. Das war mein erstes Projekt, was wir beendet haben. Es war ein Mini-Projekt, könnte man echt sagen. Und ich habe glaube ich schon ein paar Games in der Hinterhand. Ich muss mal schauen, was ich als nächstes aufnehme. Aber ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen, bewerten und helft mir bitte bei dem Klavier. Ich bitte euch, ihr seid die Profis. Ich will das endlich wissen, wie es weitergeht. Vielleicht nehme ich das dann auch nochmal kurz auf. Mal gucken, wer von euch... mir mit dem Klavier weiterhelfen kann und mit dem N. Das N nervt mich irgendwie. Aber es war ein echt cooles Spiel. An Barrett Mika, Grüße gehen raus. Und wir sehen uns beim nächsten Spiel auf jeden Fall. Haut rein. Schönen Abend noch oder Mittag oder Morgen. Und bis dann. Ciao.